ja ich muss ihm bitte was erzählen darf ich reinkommen ja unsere mädels heute morgen in der stadt gesehen ich habe gehofft jetzt hier auf zu können wirklich die waren glaubt nicht in der schule die müssten eigentlich gleich da sein aber die marie geht auch nicht ans handy meine auch nicht fräulein hier an den tische ja sofort wo wart ihr in der schule die frau schwenk sie hat uns heute morgen angerufen ihr wart nicht in der schule ihr könnt mir erzählen was ihr wollt es reicht das ist das letzte schuljahr